Und willkommen zurück zu Let's Play Secret of Mana 2. So langsam geht es in die alles entscheidende Phase, aber wer denkt, dass wir schon fast am Ende wären, weil wir das Mana-Land und die 8 Geister gesehen haben, der täuscht sich gewaltig. Wir müssen noch einmal in alle 8 Städten zurück, um die Godbeaster zu finden und zu vernichten. Und wir sind jetzt gerade an einer der nächsten Stellen, nämlich an der Ruine des Lichts bei Rolante, wo wir versuchen, das eine Godbeast zu finden. Allerdings ist es nicht so leicht, hier an diesen ganzen Sirenen und so weiter vorbeizukommen. Die sind nämlich auf einem etwas höheren Level, als wir es eigentlich gewohnt sind. Wir können nicht zaubern dadurch, dass wir zum Schweigen gebracht wurden. Also einmal Zwerg heilen. Und danach können wir die Heilung komplett rüberschmeißen. Ja, natürlich, jetzt gibt es noch einen Blitz. Und wir sind vermogelt. Na toll. Und können deswegen wieder nicht zaubern. Aber Rassia, Rassia ist noch frei. Rassia kriegt das bestimmt alleine auch auf die Reihe. Die Sirene sollte uns mal angreifen, damit wir wieder groß werden. So ist das gut. Oder auch nicht. Ah, jetzt sind wir endlich wieder groß. Und jetzt gibt es auch erstmal eine Heilung. So. Ja, so schnell kann es gehen. Zwerg hat alle wieder fast vollständig geheilt. Und sie heilt jetzt schon über 300 dadurch, dass sie wirklich Level 31 ist. Ist das perfekt? Es ist traumhaft. Pakuri Baby, okay. Das wird bestimmt wieder eine dieser komischen Echsen, die uns überhaupt nicht gefallen, weil sie unsere Leute auffressen. Und den Bauch behalten. Und den Bauch behalten. Oh, noch eins. Verlena, gut so. Die müssen so schnell wie möglich sterben. Jetzt haben wir gleich drei so eine Echsen hier sitzen. Ist gar nicht gut. Und heilen muss ich auch schon wieder. Ah, ich wünschte wir könnten irgendwo hier eine Mana-Statue freisetzen. Haben wir irgendwo eine in der Nähe? Ehe ihr mir das in die Kommentare geschrieben habt, habe ich wahrscheinlich schon eine gefunden. Und bin schon wieder raus hier. Weil ich ja doch immer ein paar Folgen im Vorlauf aufnehme. Einer hatte eben einen schwarzen Schädel. Warum auch immer. Melena, komm. Die hast du jetzt bestimmt dauernd, oder? Immer noch nicht. Oh, fast 300 Erfahrungspunkte für einen Mob. Also wenn man hier nicht gut leveln kann, dann weiß ich auch nicht. Eine Schokolade. Sehr schön. Ja, Schokolade wird hier jetzt zunehmend wichtiger. Auf Bonbons verzichten wir ja schon größtenteils. Oh Gott, lauter Mama-Potos. Die machen diese ganzen Laserstrahlen, oder? Und die sind vom Level her natürlich auch noch höher. Das heißt, die können uns ordentlich Schaden zuführen. Ich brauche unbedingt eine Statue. Ansonsten wird das mit dem Mana nachher auch knapp. Bitte, lass hier irgendwo eine sein. Sehr gut, Melena. Das ist nicht so gut. Und Melena wird nur getroffen. Das ist in Ordnung. Sie hat ja die meiste HP. Sie hält am meisten aus. Mama-Poto im Gegenzug dazu nicht. So, hier links. Wo kommen wir hier hin? Wieder zu Sirenen. Und ich glaube, hier waren wir bereits. Hier sind wir nachher nach oben gegangen. Deswegen gehen wir hier einfach mal zurück. Und gehen durch den unteren Bereich. Da müssten wir einmal im Kreis gelaufen sein. Was ist das? Was ist das? Okay. Ach, das ist dieser Raum, den wir gesehen haben. Irgendwas muss man hier bestimmt machen. Aber was? Ja, Fragen über Fragen über Fragen. Die Qualle hat Zwerg verwirrt. Zwerg hat sich nur im Kreis gedreht hier. Warum hat Zwerg eigentlich so wenig Leben? War das gerade eine Attacke von der Qualle? Sehr schön. Die ist down. Zwerg hat wieder 437. Sehr schön. Zwei Tafeln sind an der Wand. Zur linken. Das Licht. Zur rechten. Das letzte Wort fehlt. Das wird wahrscheinlich das unten sein, oder? Was wirst du tun? Wir nehmen einmal das Licht. Das wäre Laterna. Okay. Und zur rechten. Nehmen wir Nocturne. Du hörst rauschendes Wasser. Oh, wir haben irgendwas freigelegt. Cool. Wir haben eine Abkürzung geschaffen. Das ist sehr gut. Ah, und die können wir auch immer gleich nutzen. Wir gucken trotzdem erstmal hier oben. Und es war richtig. Licht links, Dunkelheit rechts. Ja, war eigentlich auch nur logisch, oder? Also da konnte man jetzt nicht so viel verkehrt machen. Die verwirrt unseren Zwerg wieder und nimmt die HP runter. Das gefällt mir absolut nicht. Genau so, Melina. Ich hoffe, ich treffe auch noch. Ne, natürlich nicht. Wir haben immer noch keine Mana-Statue. Aber wir kommen jetzt, glaube ich, zu dieser Truhe, die hier vorne noch war. Ja, sieht gut aus. Honig erhalten. Zu viele Items. Nein, Honig brauchen wir nicht. Also, im Prinzip schon. Aber nicht jetzt. Können wir später noch zukaufen, falls wir wirklich Not am Mann haben. Sollte das kein Problem sein. Maximale HP runter. Und was haben wir hier für einen Ritter? Sieht schon fast aus wie der dunkle Ritter. Der schwarze Ritter. Viel fehlt nicht mehr dazu. Gegen den müssen wir bestimmt auch noch kämpfen. Er wird geheilt. Ich glaube, er heilt sich selbst. 300 HP. Bist du nicht ganz dicht? Na, was du kannst, kann ich schon lange. Jetzt heilen wir aber bei jedem 300. Und dann mal sehen, wie lange du noch durchhältst. Macht mal bitte einer hier seinen Powerschlag. Dankeschön, Rassia. Jo, Zwerg macht gleich mal mit. Und er heilt sich. Naja, ist ja auch nicht so, als hätten wir ihn gerade nicht schon so runtergekloppt. Mann. 244. Sehr schön, Melina. Du hast ihm alles, was er sich geheilt hat, wieder runtergenommen. Papa Potus, Klaue. Hm. Können wir auch nicht gebrauchen. Wir benutzen keine Klauen. Wir benutzen keine Münzen. Wir benutzen einfach nur unsere Zauber, die wir sowieso haben. Und unser cooles Leben. Diesmal haben sie Rassia die Energie geklaut. Ein Blitzschlag. Oh, je, 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 je. Und schon sind wir wieder Mugels. Was auch immer Mugels sind. Katzen mit Flügel. Wir treffen einfach nicht. Wir sind einfach zu schlecht. Wir müssen uns langsamer zurückverwandeln. Ja, ich würde auch gerne heilen. Aber irgendwie ist das nicht möglich. Hallo? Zurückverwandeln und so? Jetzt reicht's mir hier. Dann machen wir's halt so. Einmal eine Heilung. Auf alle. Und auch gerne eine Heil-Aura. Erstmal auf die Person, wer auch immer das jetzt gerade ist. Ich hab's nicht gelesen. Die müssen sowieso beide wieder geheilt werden hier. Rassia war das. Melena kriegt auch eine. Die wurde irgendwo in einen Raum reingebackt. Oh, das kann ja... Wollt ihr mich jetzt verarschen oder was? Also das finde ich echt nicht witzig. So, Melena. Jetzt hier als erstes. Du musst richtig raufhauen. Das lassen wir uns nicht gefallen. Sollen sie machen, was sie wollen. Aber gleich sind sie tot. Oder auch nicht. Doch, Melena. Melena hat es geschafft. Sie ist kein Mugel geworden. Und wir sind endlich zurückverwandelt. Oh, Leute. Jetzt wollen wir erstmal sehen, was für ein Wasser wir entfernt haben. Wir gehen dafür hier raus. Machen einfach mal die Sirene kaputt. Und können wir hier nach rechts? Nein. Können wir hier irgendwie nach rechts? Weil ein Magier. Ne, hier kommen wir auch nicht lang. Hier war ja Wasser oder hier ist ja Wasser. Aber, hm, hier ist nichts los. Gut. Gucken wir nochmal nach links. Und da müsste Wasser entfernt worden sein. Vielleicht ist das hier auch gestiegen. Keiner weiß es so genau. Wir gehen einfach mal unten entlang. Und ich weiß nicht, ob wir hier schon mal waren. Ich habe langsam keine Übersicht mehr. Das kann natürlich auch ganz schnell gehen. Und ich glaube, deswegen habe ich das Ganze auch so in Erinnerung. Oh, nö, nö, nö. Ich habe keine Lust auf Mugelpower hier. Wir gehen woanders lang. So, da glaube ich waren wir schon, oder? Ja, hier waren wir schon. Ne, dann gehen wir mal bei der Treppe gleich vorne einmal rum. Heißt einmal hier entlang. Lasst euch doch nicht durch diese Quallen hier beeinflussen. Geht doch einfach weiter. Und dann gehen wir mal da oben lang. Lass mich in Ruhe. Und jetzt rechts rum. Und hier können wir rein. Lauter Mama-Potos. Mal sehen, wie lange die hier noch rummammern. Hör ich da ein Mama mal? So, gucken wir mal hier rein. Hier geht es einmal da lang. Und hier? HP und MP aufgefrischt. Ich bin so glücklich. Gleich mal speichern. Nein, wie ist das schön. Oh Gott. Spiel gespeichert. Juhu. Sehr schön. Dann können wir jetzt hier weitermachen. Oh Gott, ey.